Wie geht es denn unserer kleinen Prinzessin heute? Exzellenz Jinji, wie geht es euch? Oh, oh. Oh, oh, die Apothekerin! Du hast dich irgendwie verändert. Nein, da müsst ihr euch irren. Und wo sind deine Sommersprossen hin? Ganz einfach, ich hab sie weggewischt. Du meinst, du hast sie überschminkt? Oh nein, sie sind fort, weil meine Schminke weg ist. Hä? Was redest du da? Das macht doch keinen Sinn. Du bist geschminkt. Oh, ist das nervig. Ich hätte seine Frage einfach bejahen sollen. Also hört zu, ich habe mir jeden Tag mit trockenem Leben Sommersprossen aufgemalt. Und das bedeutet, ihr habt mein Gesicht bisher immer nur geschminkt gesehen. Denn Schminke dient eben nicht nur dazu, einen Menschen zu verschönern. Aber welchen Sinn hat sie denn dann? Könnt ihr's euch nicht denken? Es verhindert, in eine Seitengasse gezerrt zu werden. Äh... Worte dir aufgelauert? Es wurde nur versucht. Stattdessen haben mich Menschenhändler entführt. Meine Sommersprossen waren an dem Tag sehr blass. Deswegen dachten sie wohl, man könnte mich trotzdem verkaufen. Ich verstehe. Entschuldige. Da hat der Palast wohl versagt. Ach, schon gut, ich komme darüber hinweg. Entführungen sind zwar verboten, aber der Verkauf von armen Kindern erlaubt. Und die Käufer machen dabei keinen Unterschied. Entschuldige. Empfindest du deshalb denn keine Wut? Natürlich empfinde ich Wut. Aber nicht auf euch, denn es ist doch nicht eure Schuld, oder? Es tut mir aufrichtig leid. Er ist ungewöhnlich aufrichtig. Das hat wehgetan. Oh. Entschuldige. Das ist ein Geschenk. Ich muss weiter. Wir sehen uns beim Fest. Ein Haarpfeil für Männer? Wieso schenkt er mir sowas? Hast du es gut? Ich bin so neidisch. Ich wünschte, ich hätte auch einen. Ich würde ihn ja verschenken, aber dann müsste ich ihn zerbrechen. Ich wünsche ihm nicht weiter. Ich wünsche dir Junge Enseants, den ich füratu Insc Untertitelung des ZDF, 2020